Battlefield will wohl doch den Singleplayer zurückbringen, Quantic Lab reagiert auf die Vorwürfe zum Zustand von Cyberpunk 2077 und das neue Monkey Island kommt konsolenexklusiv auf die Switch. Außerdem haben wir noch ne Menge mehr Highlights von der Mini-Direct gestern, also auf geht's. Es sieht ganz danach aus, als würde die Einzelspieler-Kampagne zu Battlefield zurückkehren. Das jedenfalls legt eine Stellenanzeige nahe, in der EA nach einem Design Director für Battlefield Seattle sucht. Battlefield Seattle ist das neue Studio, das von Halo-Mitschöpfer Marcus Leto geleitet wird, der seit letztem Jahr bei EA ist und die erzählerische Seite von Battlefield ausbauen soll. Nun soll das Studio also um einen Design Director erweitert werden, der eine neue Battlefield-Kampagne entwickeln soll. Zu den Aufgaben gehören Missionsdesign, Story und Spielmechanik sowie die Systementwicklung, um ein hochwertiges Erlebnis zu erschaffen. Ihre Aufgabe ist es, die Grundprinzipien der Battlefield-Franchises zu verinnerlichen und sicherzustellen, dass sie in allen Ebenen eine meisterhaft gestaltete Einzelspieler-Kampagne eingeflochten werden. Sie werden das Design-Team und die Kultur des Studios aufbauen und eine beeindruckende Kampagne vom Konzept bis zur Verwirklichung entwickeln. Sie sind außerdem dafür verantwortlich, die Iteration des Produktdesigns auf der Grundlage des Feedbacks von Kollegen, Partnern und Teammitgliedern zu leiten und damit an der Kernvision festzuhalten, heißt es in der Stellenausschreibung. Das Experiment, Battlefield Reihen als Multiplayer-Spiel zu betreiben, scheint damit gescheitert oder vorerst auf Eis gelegt. Battlefield 2042 hatte einen schweren Start, kommt nun aber mit der ersten Season endlich einigermaßen in Schwung. Die Stellenausschreibung ist tatsächlich bereits seit Februar aktiv, die Stelle scheint aber noch nicht gefüllt zu sein. Bis wir also mit einer Singleplayer-Kampagne in Battlefield rechnen dürfen, wird es wahrscheinlich noch etwas dauern. Am Montag hatte ich euch darüber berichtet, dass ein Whistleblower das Quality Assurance Team von Quantic Lab für den schlechten Release-Zustand von Cyberpunk 2077 verantwortlich macht. Das Forbes Magazine hatte über das Video von Upper Echelon Gamers berichtet und bei Quantic Lab sowie CD Projekt Red um eine Stellungnahme gebeten. Quantic Lab hat sich inzwischen mit einem Statement zurückgemeldet, geht aber nicht detailliert auf die Vorwürfe ein. Ich zitiere die Stellungnahme in Auszügen. Das in ihrem Artikel erwähnte Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, beginnt mit falschen Aussagen über die Geschichte von Quantic Lab. Es scheint ein Mangel an Verständnis für den Prozess zu bestehen, wie ein Spiel vor seiner Veröffentlichung auf dem Markt getestet wird. Es geht weiter mit einer Beschreibung des Unternehmens, dann heißt es, alle unsere Kundenvereinbarungen sind vertraulich, aber im Allgemeinen arbeiten globale Verlage mit mehreren QA-Outsourcing-Unternehmen zusammen und sind nicht nur von einem abhängig, zusätzlich zu den internen QA-Ressourcen und Entwicklerebenen in den meisten Fällen. Sie sagen also, dass Quantic Lab nicht alleine dafür verantwortlich sein kann, weil sie nicht der einzige Partner waren, mit denen CD Projekt zusammengearbeitet haben. Weiter geht es damit, dass alle Projekte unterschiedlich seien und Quantic Lab immer bestrebt sei, transparent und integer mit seinen Partnern in der Branche zusammenzuarbeiten. Das Statement kommt von Stefan Zajkarescu, dem CEO des Unternehmens. Er geht nicht konkret auf die Vorwürfe ein, kritisiert aber die schlechte Recherche des Videos. Er gibt zwar nicht zu, dass Fehler passiert sind, bestreitet es aber auch nicht. Wie schon am Montag berichtet, hat ein anderer YouTuber zeitnah mit einigen Angestellten von CD Projekt gesprochen, die widerlegen, dass Quantic Lab alleine verantwortlich ist. Eine offizielle Reaktion von CD Projekt auf die Vorwürfe gegen Quantic Lab gibt es nicht. Gestern um 15 Uhr gab es mal wieder eine kleine Nintendo Direct Mini, wobei Mini den mit Neuigkeiten und Highlights gefüllten 25 Minuten absolut nicht gerecht wird. Direkt vorab, hier werde ich nur einen Bruchteil der Spiele ansprechen können, die erwähnt wurden. Wenn ihr eine vollständige Liste haben wollt, dann geht auf GamePro.de, den Link zum Artikel gibt's in der Videobeschreibung und hier oben in der Infobox. Das größte Highlight war wahrscheinlich der neue Trailer zu Return to Monkey Island. In knapp 90 Sekunden gibt es auch erstes Gameplay zu sehen, vor allem aber dürfen wir den neuen Artstyle des Spiels bewundern. Wenn wir denn wollen, denn der kommt nicht bei allen gut an. Unter dem Trailer auf YouTube machen viele Fans ihrem Frust Luft und auch bei uns auf der Webseite gibt es eine Menge unzufriedener Kommentare. Aber es gibt auch durchaus positive Stimmen und das sage ich nicht nur, weil mir persönlich der Grafikstil tatsächlich sehr gut gefällt. Aber am Ende wird das Spiel überzeugen müssen. Wir kehren zum klassischen Point-and-Click-Gameplay zurück und neben Guybrush Threepwood können wir wohl auch seine große Liebe Elaine Marley spielen. Außerdem kehren noch weitere beliebte Charaktere zurück, nämlich der Totenkopf Murray und unser Erzfeind Litschak. Die Story führt uns tatsächlich zurück zu den Wurzeln, denn Protagonist Guybrush ist unglücklich, weil er nie das Geheimnis von Monkey Island fand. Also auf auf, um diesen unerfüllten Wunsch wahr werden zu lassen. Return to Monkey Island soll noch dieses Jahr erscheinen und zwar auf dem PC und Konsolen exklusiv auf der Nintendo Switch. Ein weiterer Hit war die Ankündigung, dass Nier Automata in der The End of Yorha Edition am 6. Oktober auf die Nintendo Switch kommt. Ein Hammerspiel, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, dann solltet ihr definitiv einen Blick wagen. Außerdem wurde ein neuer Trailer von Monster Hunter Rise Sunbreak gezeigt, der zwei neue Monster zeigt, eins eine neue Sub-Spezies, das andere ein Fan-Favorite aus dem vierten Serienteil. Monster Hunter Rise Sunbreak erscheint morgen für PC und Nintendo Switch. Und auch Portal kommt auf die Switch nämlich direkt, der erste und zweite Teil in der Portal Companion Collection. Auch darauf freue ich mich ganz besonders. Alle weiteren Ankündigungen gibt's wie gesagt auf der Webseite. Wie bereits im Februar in einem Blogpost zum Thema Toxizität in der Community angedeutet, will Riot Games demnächst damit anfangen, die Voice Chats zu überwachen. Jetzt geht es bald in die erste Testphase. Am 13. Juli soll das Sprachbewertungssystem in Nordamerika im Hintergrund eingeführt werden. In der ersten Phase wird das System aber noch nicht dazu genutzt werden, toxisches Verhalten zu erkennen und die Täterinnen und Täter zu bannen, sondern soll erstmal trainiert werden. Die Software wird also erstmal nur im Hintergrund zuhören. Später soll das System dann erstmal in Valorant aktiv eingesetzt werden, wobei die Formulierung stark vermuten lässt, dass Riot plant, die Stimmauswertung auch in anderen Spielen zu nutzen, wenn sie sich als effektiv herausstellt. Spracherkennung funktioniert immer besser, wie wir zum Beispiel auch an den automatisch erstellten Untertiteln auf YouTube, Instagram oder TikTok sehen. Es ist also definitiv davon auszugehen, dass eine entsprechende Software Beleidigungen und Drohungen in Sprachchats erkennen kann. Aber ob damit tatsächlich toxisches Verhalten verhindert werden kann, wird sich zeigen. Denn Menschen sind keine Maschinen und ziemlich kreativ, vor allem was Beleidigungen und beschissenes Verhalten angeht. Natürlich kann ein System sich durch Deep Learning weiterentwickeln, ob aber der tiefere Sinn von Sätzen erkannt werden kann, bleibt abzuwarten. Was haltet ihr vom System? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare! Und zum Abschluss verabschieden wir uns noch nach nur wenigen Monaten vom Fantasy Battle Royale Spellbreak. Nachdem es 2018 in der ersten Testphase die Server für Spielerinnen und Spieler geöffnet hat und am 3. September 2020 schließlich für PC, PS4 und Xbox One vollständig erschienen ist, werden Anfang 2023 die Server schon wieder endgültig abgeschaltet. Grund sind wohl unter anderem die sinkenden Spielerzahlen. Obwohl das Spiel auf Steam 85% positive Bewertungen erhalten hat, erreichte es einfach konstant immer weniger Leute. Am Ende war ein großer Kritikpunkt, dass es eben wegen der wenigen Spielerinnen und Spieler ewig gedauert hat, bis man in ein Match kam. Auf der offiziellen Webseite bedankt sich das Team bei der Community. Unsere Vision war es, ein frisches Multiplayer-Action-Zauberspiel mit außergewöhnlicher Bewegung und Klassenanpassung zu erschaffen, das den Spielern die Möglichkeit gibt, ihren inneren Kampfmagier zu entfesseln. Wir sind der Community des Spiels dankbar, dass sie die magischen Welten und Erfahrungen, die wir gemeinsam geschaffen haben, erkundet haben. Spellbreak war ein ehrgeiziges Projekt, bei dem unser Team neue Grenzen in Design und Entwicklung gesetzt hat und wir freuen uns darauf, auch in Zukunft neue Titel zu entwickeln. Proletariat Inc. CEO Seth Sivak schrieb außerdem im Subreddit des Spiels, Leider ist die Spielindustrie ein schwieriges Geschäft. Spellbreak war nicht in der Lage, den Durchbruch zu schaffen und einen nachhaltigen Platz zu erreichen, an dem wir weiterhin in der Art und Weise investieren konnten, wie wir es uns erträumt hatten. Spellbreak ist ein Battle-Royale, in dem die Karte, wie für das Genre üblich im Laufe des Spiels, immer kleiner wird, während die Spielerinnen und Spieler sich gegenseitig bekämpfen. Das Besondere an dem Spiel ist, dass es anders als berühmte Genre-Vertreter wie Fortnite und PUBG keine modernen Schusswaffen anbietet, sondern Zauberei. Damit konnte das Spiel durchaus auch einige Fans gewinnen, die sonst mit Battle Royale nicht so viel am Hut hatten. Und damit kommen wir für heute wieder zum Schluss. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir machen ungefähr sechsmal die Woche die News und haben ansonsten auch fast täglich neue Videos für euch, wie zum Beispiel unsere regelmäßige Trailer-Rotation, in der wir euch viele tolle neue Trailer zeigen oder Tests und Previews wie diese hier zu Victoria 3. Wir sehen uns morgen wieder zu den News, bis dahin wünsche ich euch. Ganz viel Spaß und guten Loot!